Heute ist ja Pfingsten und da möchte ich eine Predigt halten zum Thema der Heilige Geist. Wir lesen dazu den Predigtext aus Johannes 14, die Verse 25 und 26. Johannes 14, Vers 25 und 26. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich möchte meine Predigt in drei Teile unterteilen. Erstens, wer hat den Heiligen Geist? Zweitens, wer oder was ist der Heilige Geist? Und drittens, was tut der Heilige Geist? Das sind Fragen, die kann man gar nicht umfassend beantworten. Ich möchte sie deshalb beantworten auf der Grundlage von Johannes 14 und deshalb auch nur ein paar wenige Aspekte zu diesen Fragen beleuchten. Zuerst möchte ich noch einmal Vers 25 lesen. Da steht, das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Mit das meint Jesus hier die ganz lange Rede. Es ist ja die Abschiedsrede hier. Und die Verse 25 und 26 sind aus dieser Rede herausgegriffen. Und Jesus Christus hat hier seinen Jüngern erklärt, dass er sie bald verlassen wird. Aber nur zeitweise, nur nicht ewig. Aber in dieser Zeit, da wird er ihnen jemanden geben, der sie über den Verlust hinweg tröstet. Und so sagt Jesus in Vers 15 und 16, Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Ganz interessant, wie Jesus hier diese Rede über den Heiligen Geist beginnt. Er sagt seinen Jüngern, liebt ihr mich, dann tut ihr, was ich möchte. Und dann werde ich euch auch den Heiligen Geist senden. Also der Vater, ich werde ihn bitten, dass er ihn euch sendet. Jesus erklärt hier also seinen Jüngern, dass wer Jesus liebt, den Heiligen Geist bekommt. Um die Liebe geht es Jesus immer und immer wieder in diesem Abschnitt. Vers 21, Vers 23, Vers 24, immer geht es darum, liebt ihr mich. Das ist ein Abschnitt über den Heiligen Geist, das ist ganz interessant. Wir müssen aber an dieser Stelle auch beachten, was in 1. Johannes 4, Vers 10 steht. In 1. Johannes 4, Vers 10, da schreibt der gleiche Johannes, Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Also die Liebe, die besteht nicht etwa darin, dass wir Gott zuerst geliebt haben, Jesus zuerst geliebt hätten, sondern Gott hat zuerst uns geliebt. Und diese Liebe zeigte sich darin, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt hat. Die Bibel macht nämlich unmissverständlich deutlich, dass wir Menschen gar nicht fähig sind, eine Beziehung mit Gott zu haben. Wir sind nicht fähig, Gott zu lieben, weil unsere Sünde uns von Gott trennt. Und deshalb lieben wir Gott nicht von Geburt an, sondern wir lehnen Gott ab. Aber das hält Gott nicht davon ab, uns zu lieben. Das ist phänomenal. Gott liebt uns gleichwohl. Und gleichwohl sehnt sich Gott nach einer Beziehung mit uns Menschen. Und Gott hat alles dafür getan, mit jedem Einzelnen von uns wieder in Beziehung zu treten, so wie es ursprünglich gedacht war. Und so wurde Jesus Christus Mensch, kam in diese Welt und hat sündlos gelebt. Und ist dann sündlos ans Kreuz von Golgatha genagelt worden. Und an diesem Kreuz hat Jesus Christus alle unsere Sünden getragen. Am dritten Tag hat Gott Vater ihn vom Tod auferweckt. Jesus lebt nun. Und wir alle dürfen eine Beziehung mit Gott haben. Wir dürfen unsere Sünden Jesus bekennen und er vergibt sie uns. Und wir dürfen Jesus als Herrn im Glauben annehmen und werden so zu einem Kind Gottes. Und nun das Phänomenalste daran. In dem Moment, in dem wir an Jesus Christus gläubig werden, erhalten wir auch den Heiligen Geist. Das steht so in Epheser 1, Vers 13. Dort steht... In ihm, also in Jesus Christus, seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. In Jesus Christus werden wir in dem Moment, in dem wir an ihn gläubig werden, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und so kann ich heute Morgen sagen, der Heilige Geist ist dort, wo man Jesus liebt. Der Heilige Geist bekommen diejenigen, die Jesus Christus lieben und eine Beziehung mit Jesus begonnen haben. Und wisst ihr, um die Liebe geht es Jesus immer und immer wieder. Beispielsweise war ja da Petrus. Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Ich kenne ihn nicht. Habe nichts mit ihm zu tun. Verflucht bin ich, wenn ich ihn kennen würde. Und dann nimmt ihn Jesus beiseite und sagt zu Petrus, wie konntest du nur? Drei Jahre warst du mit mir unterwegs. Warum hast du mich verleugnet? Warum hast du die Gebote nicht gehalten? Warum? Nein, nein. Jesus nimmt ihn beiseite und fragt ihn, Simon Petrus, hast du mich lieb? Simon Petrus, hast du mich lieb? Liebst du mich? Und wisst ihr, diese Frage stellt Jesus uns immer und immer wieder, wenn wir gesündigt haben. Er macht uns nicht in erster Linie einen Vorwurf. Aber er fragt uns, liebst du mich? Hast du mich lieb? Weil wir durch unsere Sünde gezeigt haben, dass uns Jesus vielleicht egal ist. Oder wir haben vielleicht gesündigt und damit Gott direkt abgelehnt. Oder mit einem Geschöpf Gottes Streit begonnen. Und Jesus fragt uns, liebst du denn mich eigentlich noch? Nun lieben wir Jesus, das ist die entscheidende Frage. Und ich glaube und habe das Gefühl, dass wir Gläubigen diese Frage oftmals zu schnell beantworten. Und sagen, ja, ja, ich habe Jesus schon lieb. Ich meine, wir singen sie ja manchmal. Jesus, sie liebt dich. Oder ich singe dir ein Liebeslied. Ja, ich habe Jesus schon lieb. Nun, ob wir Jesus lieben oder nicht, zeigt sich nicht durch unsere Worte, nicht durch unser Denken. Es zeigt sich in unserem Handeln. Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Oder Vers 23, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Vers 24, wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Liebe zeigt sich im Tun. Unser Handeln zeigt, ob wir Jesus lieben, denn wenn wir Jesus lieben, wollen wir so leben, wie es Jesus von uns möchte. Also der Heilige Geist ist dort, wo man Jesus liebt und die Liebe durch das Handeln zum Ausdruck bringt, durch den eigenen Gehorsam. Nun, meine Frage, wollen wir denn den Heiligen Geist überhaupt? Wollen wir den Heiligen Geist eigentlich überhaupt? Aber manchmal das Gefühl, dass, oder ich glaube, dass die meisten Menschen den Heiligen Geist gar nicht wollen, weil sie gar nicht wollen, dass jemand anderes über das eigene Leben bestimmt. Oder es ist irgendwie tief in uns drin, dass wir selbst über unser Leben, in unserem Leben regieren wollen. Und so gibt es ganz viele, die wollen den Heiligen Geist eigentlich gar nicht. Denn der Heilige Geist, der weist uns den gleichen Weg, wie er Jesus geführt hat. Den Weg zum Kreuz. Und dieser Ort am Kreuz ist kein schöner, kein bequemer Ort. Das kann manchmal sehr schmerzhaft sein, wenn der Heilige Geist in uns lebt. Der Heilige Geist möchte uns immer mehr ins Bild Jesu verwandeln. Und das ist ein Prozess, der manchmal sehr schmerzhaft ist. Da wird unser Stolz entfernt. Unsere Selbstzucht. Unsere Ängste. Klar, der Heilige Geist möchte uns nicht eigentlich wehtun. Aber indem er uns ins Bild Jesu verwandelt, das kann manchmal ganz schmerzhaft sein, wenn er uns Jesus Christus ähnlicher macht. So ist mein Wunsch heute Morgen, dass wir uns wirklich wünschen, den Heiligen Geist zu haben. Dass wir uns wünschen, dass der Heilige Geist in uns Wohnung nehmen darf. In allen Lebenszimmern. Uns regieren darf. Das wünsche ich mir. Weil ich weiss, dass der Weg nicht immer einfach ist mit dem Heiligen Geist. Es ist nicht immer einfach, aber es ist lohnenswert. Wir lesen weiter in Vers 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen. Jesus nennt den Heiligen Geist Tröster. Ich weiss nicht, wie es bei euch in eurer Bibel übersetzt wird. Vielleicht ganz anders. Das ist nämlich interessant. Dieses Wort hier, dieses griechische Wort Parakletos, hat einen unglaublich breiten Bedeutungsumfang. Man könnte es übersetzen mit eben Tröster oder Helfer, Beistand, Anwalt, Fürsprecher und so weiter. Dieser Parakletos, der Parakletos in der griechischen Antike, der wurde hereingerufen. Das meint das Wort eigentlich, hereinrufen. Und dieser wurde hereingerufen, beispielsweise vor Gericht, um Zeuge zu sein. Oder so im Parlament, wenn man Rat benötigte. Immer wurde der Parakletos hereingerufen, wenn derjenige, der ihn rief, Hilfe benötigte. Wenn er Schwierigkeiten hatte, wenn er Mut brauchte. Und Jesus sagt nun, ich werde euch einen anderen Parakletos geben. Damit meint er, ich bin der eigentliche Erste, aber nun wird der andere, der Heilige Geist, dann kommen. Die Jünger damals waren in einer Situation, wo sie viel Trost benötigten. Denn Jesus hat ihnen gesagt, ich werde euch bald verlassen. Und deshalb sagt Jesus seinen Jüngern, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich sende euch einen anderen Tröster. Aber Jesus macht in dieser Rede noch eine Aussage, die ist unglaublich erstaunlich. Er sagt seinen Jüngern in Johannes 16, Vers 7, Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Nun, wie kann es gut sein, dass Jesus uns verlässt? Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Jesus sagt also, es ist sogar gut, dass ich gehe. Himmelfahrt, Auffahrt, das ist gut. Denn dann kann der Heilige Geist zu euch kommen. Und wisst ihr, Jesus konnte nur bei wenigen gleichzeitig sein. An einem Ort nur. Aber durch den Heiligen Geist kann Jesus nun sogar in jedem Gläubigen gleichzeitig sein. Es ist unglaublich. Und so kann Jesus heute bei jedem von uns sein. Und dieser Heilige Geist ist von gleicher Art wie Jesus. Es steht hier einen anderen Tröster. Und es steht dann auch in Vers 26, den mein Vater senden wird, in meinem Namen. Also der Heilige Geist vertritt Jesus. Ein anderer Tröster. Und so sehen wir, dass der Heilige Geist dort ist, wo Menschen Hilfe benötigen. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier, der hat gerade eine Prüfung nicht bestanden. Vielleicht ist jemand hier, bei dem ist gerade eine Beziehung in die Brüche gegangen. Vielleicht ist jemand hier, der hat gerade die Arbeitsstelle verloren oder verliert sie bald. Oder es ist jemand hier, da ist gerade jemand gestorben im nahen Umfeld. Das sind so einige der Situationen, wo man sich fühlt wie in einer Sackgasse. Wo man denkt, was mache ich nur jetzt? Was ist der nächste Schritt? Und in dieser Situation kommt der Heilige Geist. Und der Heilige Geist macht uns Mut. Er tröstet uns. Und er tröstet uns dadurch, dass er uns Mut macht. Und uns sagt, wage den nächsten Schritt. Ich bin ja bei dir. Ich helfe dir. Wage den nächsten Schritt. Oh, wie wünsche ich mir heute Morgen, dass diejenigen unter uns, die es gerade schwer haben, den Heiligen Geist in besonderem Mass erleben dürfen heute. Durch Trost. Durch Mut. Durch Beistand. Durch Hilfe. So ist der Heilige Geist also Mutmacher, Tröster, Helfer, aber auch Beistand, Fürsprecher. Wer oder was ist also der Heilige Geist? Viel. Viel mehr, als wir uns nur denken können. Er ist viel mehr und viel wertvoller, als wir uns ihn vorstellen können. Der Heilige Geist. Aber etwas möchte ich noch betonen. Der Heilige Geist ist nicht nur eine Kraft. Ist nicht nur da, wenn wir ihn brauchen. Der Heilige Geist ist eine Person. Es steht da übrigens ein anderer Tröster, nicht ein anderes. Haben viele schon darauf hingewiesen. Der Heilige Geist ist eine Person. Und das ist mir ganz wichtig, das zu betonen. Habe das lange nicht so beachtet. Aber wisst ihr, wenn man nur glaubt, dass der Heilige Geist eine Kraft ist, dann stellt man sich die Frage, wie kann ich den Heiligen Geist bekommen und Gebrauch vom Heiligen Geist machen? Aber die Frage müsste vielmehr lauten, wie kann der Heilige Geist mich bekommen und Gebrauch von mir machen? Das ist die entscheidende Frage. Weil der Heilige Geist ist eine Person. Und diese Person möchte mit uns in einer Beziehung leben. Wie kann der Heilige Geist mich bekommen und Gebrauch von mir machen? Wer ist also der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist die dritte Person Gottes, der eine Beziehung mit uns haben möchte und uns Tröster und so weiter sein will, damit wir immer mehr ins Bild Jesu Christi umgewandelt werden. Der Heilige Geist möchte uns total verändern. Als der Heilige Geist an Pfingsten vor vielen Jahren zum ersten Mal auf die Jünger ausgegossen wurde, da waren diese Jünger urplötzlich ganz anders. Da war Petrus. Und dieser Petrus hat Jesus dreimal verleugnet, nur etwa 50 Tage vorher. Und dann steht dieser Petrus auf und hält eine Predigt, wie ich sie auch gerne mal halten würde. Geisterfüllt, oder? So richtig, dass es durch Mark und Bein ging und dass nicht nur 260 Menschen wie heute, sondern 3000 Menschen sich bekehrten. Das war eine Menge, die da zuhörte. Und die ließen sich dann taufen. Oder da war ein Stephanus, der bekam den Heiligen Geist. Und wenige Tage später war er bereit, für Jesus Christus zu sterben. Oder da war ein Paulus, der die Gemeinde verfolgte, der sagt, ich war einverstanden damit, dass die Christen umgebracht werden. Der dabei war, als Stephanus umgebracht wurde. Und dieser Paulus hatte eine Begegnung mit Jesus, bekam den Heiligen Geist. Und in der Kraft des Geistes nun verkündigte er das Evangelium, dass es bis nach Europa kam. Und er war bereit, für Jesus Christus zu leiden, Schläge auf sich zu nehmen, gegeiselt zu werden, gesteinigt zu werden, Schiffbruch zu erleiden. Dieser Paulus, durch den Heiligen Geist. So sind wir bereits bei der Frage angelangt, was tut denn der Heilige Geist? Und diese Frage wird uns beantwortet, antwortet, auch zu einem gewissen Teil in Vers 26. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Dieser Heilige Geist wird lehren und erinnern. Es ist nicht alles, was der Heilige Geist tut, aber es sind so zwei Aspekte. Der Heilige Geist lehrt. Ganz interessant, er lehrt. Manche haben heute den Eindruck, dass der Heilige Geist vor allem für ein gutes Gefühl verantwortlich ist. Für eine gute Atmosphäre, gute Stimmung. Hat mal jemand gesagt, wenn ich Hühnerhaut empfinde im Lobpreis, dann ist das der Heilige Geist. Ich glaube, das ist nicht biblisch. Ich glaube, biblisch ist vielmehr, dass der Heilige Geist uns eine klare Lehre bringt. Übrigens kann man das auch nachlesen, in 1. Korinther 2,13 oder 1. Johannes 2,27. Zweiteres besagt, dass wir keine falschen Lehrer brauchen, weil wir ja den Heiligen Geist haben, der uns lehrt, der uns wahrer Lehrer ist. Also der Heilige Geist lehrt. Zu keiner Zeit haben wir als Christen alles begriffen, alle Wahrheit bereits. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns immer und immer wieder lehrt. Die Frage ist nun, wie lehrt denn der Heilige Geist genau? Wie macht er das? Indem er erinnert. Und zwar hat er seine Jünger, also die Jünger von Jesus, an all das erinnert, was Jesus ihnen gesagt hat. Das steht da. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich, Jesus, euch gesagt habe. Und zwar hat der Heilige Geist die Jünger erinnert, an all das, was Jesus gesagt hat. Und so ist dann das Neue Testament entstanden. Nur eine kleine Nebenbemerkung. Ich bin der Meinung, dass hinter jeder Schrift des Neuen Testaments ein Apostel steht. Direkt oder indirekt. Matthäus war ein Apostel. Markus war mit Petrus unterwegs, einem Apostel. Lukas war mit Paulus unterwegs, einem Apostel. Johannes war ein Apostel. Paulusbrief ist wieder klar. Paulus. Und so weiter. Und so ist das Neue Testament eigentlich Wort der Apostel durch den Heiligen Geist eingegeben. Eben erinnert. Aber dann steht auch noch 2. Timotheus 3,16. Denn alle Schrift, und damit ist hier vor allem das Alte Testament gemeint. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Gott gehaucht. Dort steht Theopneustos. Und Pneuma ist der Geist. Also von Gott eingegeben durch den Heiligen Geist. Alle Schrift. Wie lehrt uns also der Heilige Geist? Indem wir uns mit diesem Wort der Bibel auseinandersetzen. Wenn ich persönlich in der Bibel lese, und ich mache das täglich ein Kapitel für mich, ganz persönlich, nicht auf Arbeitszeit. Einfach für mich persönlich. Dann bin ich überzeugt, dass in dieser Zeit der Heilige Geist mir dieses Wort aufschlüsselt und mir mitteilt, was er mir genau mir persönlich sagen möchte, ohne dass daraus dann die nächste Predigt entstehen muss. Einfach Wort Gottes in mein Leben gesprochen. Oder wenn wir Predigten hören, wie heute, dann bin ich der Überzeugung, macht der Heilige Geist nicht nur ein kleines Werk, sondern er spricht zu jedem Einzelnen, indem ich dieses Wort vorlese, er spricht durch die Worte des Predigers und er macht noch, dass bei jedem Einzelnen genau das ankommt, was ankommen muss. Werk des Heiligen Geistes. Oh, wir brauchen den Heiligen Geist, gerade auch in der Predigt. Bibelseminar, das Gleiche, da geht man noch viel tiefer hinein, da kann der Heilige Geist noch viel tiefer lehren, was er uns sagen möchte. Aber auch der Austausch unter Glaubensgeschwistern auf Grundlage der Bibel, auch dort spricht der Heilige Geist. Ich denke hier besonders an die Hauskreise, wo der Heilige Geist plötzlich durch den Bruder oder die Schwester etwas mir mitteilen kann. Der Heilige Geist lehrt uns durch dieses Wort. Und wenn wir dieses Wort aufnehmen, kennenlernen, dann verändert uns der Heilige Geist immer wie mehr und wir wissen auch immer wie mehr ganz individuell, wie uns der Heilige Geist in Situationen leitet, wo es vielleicht nicht gerade ein Vers dazu gibt. Wenn ich jemandem etwas Besonderes sagen muss oder so. Weil durch dieses Wort wir verändert werden. Übrigens steht das so auch in Römer 12, Vers 2, dass wir verwandelt werden. Ich ergänze durch den Heiligen Geist, damit wir immer wie mehr prüfen können, was der Wille Gottes ist. Ganz interessant dort. Also der Heilige Geist lehrt und erinnert uns. Nun möchte ich durch dieses Wort aus der Bibel noch zwei weitere Aspekte ableiten, was denn der Heilige Geist genau tut. Und zwar ist es so, ich lese dazu Johannes 16, Vers 14. Da sagt Jesus, er wird mich, also der Tröster, er wird mich verherrlichen, denn von dem meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Also Jesus sagt hier, der Heilige Geist verherrlicht Jesus Christus. Darum geht es ihm. Es ist ein sicheres Zeichen dafür, dass der Heilige Geist am Werk ist, wenn dadurch Jesus Christus geirrt wird und nicht wir. Ganz interessant. Bei allem, was der Heilige Geist in uns und durch uns tun möchte, möchte er immer Jesus Christus verherrlichen. es ist interessant noch, an Pfingsten, da konnten ja die Jünger plötzlich andere Sprachen sprechen, aber da hat niemand gesagt, wow Johannes ist so gut, der konnte in wenigen Sekunden eine neue Sprache lernen. Es war jedem klar in diesem Moment, da ist Gott am Werk, da ist Gott, der das geschenkt hat. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir dafür beten, dass der Heilige Geist uns radikal in Besitz nehmen kann, dass er durch uns Werke wirken kann, bei denen Jesus Christus verherrlicht wird, nicht wir selbst. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von Thomas, kenne ihn nicht, habe nur von ihm gelesen. Thomas war Besitzer eines Luxusrestaurants und dieses Luxusrestaurant, das lief sehr gut. Er war auch Koch dort und er hat gesagt, noch drei Jahre und dann wird alle Investition amortisiert sein und dann wird dieses Restaurant unglaubliche Erträge abwerfen. Nur hat er ein Problem, er hatte den Eindruck, dass der Heilige Geist ihn weiterführt. Und so hat er seinen Mitinhabern oder seinen Geschäftspartnern erklärt, dass er weiterziehen wird und keine finanziellen Ansprüche mehr hat. Und nun kocht er in einem Obdachlosenheim. Das hat mich bewegt. Und dann habe ich noch gelesen, zu dem Zeitpunkt, dass diese Geschichte aufgeschrieben wurde, wussten er und seine Frau bereits, dass sie ins Ausland wohl gesendet werden. Aber bis zu dem Zeitpunkt sind sie nun bereit, an dem Ort, an dem Gott sie haben möchte, zu dienen. Diese Geschichte hat mich herausgefordert, hat mich bewegt. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn der Heilige Geist mir heute Morgen etwas sagen würde, was mir eigentlich nicht so passt, wäre ich dann bereit, zu gehorchen. Oh, mich fasziniert, wenn Menschen bereit sind, auf den Heiligen Geist zu hören. Da kann es geschehen, dass jemand ein unglaubliches Jobangebot ausschlägt und sein Leben ins Reich Gottes investiert. Da kann es geschehen, dass jemand einen unglaublichen Betrag von Geld ins Reich Gottes spendet, ohne dass das jemand merkt, weil der Heilige Geist geführt hat. Wenn solche Geschichten plötzlich an die Oberfläche treten, das bewegt mich. Also unglaublich, wenn man sieht, wie der Heilige Geist Menschen so verändert, dass sie plötzlich zur Ehre Gottes leben und die eigene Ehre gar nicht mehr so wichtig ist. Die eigenen Wünsche und Ideen. Das Erste, also der Heilige Geist will Christus verherrlichen und zweitens der Heilige Geist will uns in seinen Dienst nehmen zum Nutzen aller. Wir lesen das in 1. Korinther 12 Vers 7. Ich habe gedacht, heute lesen wir einiges in der Bibel, ist ja schon das, was der Heilige Geist eingegeben hat. 1. Korinther 12 Vers 7. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. In 1. Korinther 12 wird beschrieben, dass der Heilige Geist einem jeden Gaben zuteilt, Vers 11, so wie er will. Und diese Gaben nun gibt der Heilige Geist uns zum Nutzen aller. Also das sind Gaben, die haben wir nicht verdient. Da haben wir nichts dafür geleistet, dass wir diese bekommen hätten. Sie werden uns vom Heiligen Geist geschenkt. Und zwar mit einem klaren Ziel, zum Nutzen, zum Wohl aller. Und der offensichtlichste Nutzen der Gaben ist die Gemeinde. Dass die Gemeinde aufgebaut wird, darum geht es ja in 1. Korinther du deine Gemeinde. Vielleicht auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr liebst du deine Gemeinde? Oder wie es jemand anders formuliert hat, wie würde deine Gemeinde aussehen, oder die weltweite Christenheit, wenn alle sich so sehr in die Gemeinde investieren würden wie du? Wie würde die Gemeinde oder die Christenheit aussehen? Wenn jeder genau so viel dienen würde, so viel beten würde, so viel spenden würde, und so weiter wie du, wäre die Gemeinde dann stark oder schwach und lustlos? Ich muss ganz ehrlich bekennen, dieser Satz hat mich auch sehr betroffen. Ich könnte ja denken, ja, ich bin Pastor, ich investiere mich da, aber es hat mich schon getroffen. Ich muss bekennen, wenn jeder der Gemeinde sich nur so sehr investieren würde, wie ich, nur so viel beten würde, wie ich, nur diese Gaben hätte, wie ich, dann hätte da diese Gemeinde große Mängel. Und deshalb bin ich froh, dass der Heilige Geist auch unterschiedliche Gaben gegeben hat. Dass der eine sich mehr dort investiert und der andere mehr da. Und dass die Gemeinde so aufgebaut wird. Wie schön, dass der Heilige Geist uns Gaben geschenkt hat. Lasst uns diese Gaben in unsere Gemeinde investieren. Vor einigen Monaten haben wir so ein Mitarbeiterblatt kreiert oder kreieren lassen. Da steht drauf, ich helfe mit, entfalte deine Gaben und baue am Reich Gottes mit. Dazu möchten wir mehr über dich und deine Begabungen wissen. Fülle die untenstehende Kalte aus und übergib sie einem Ältesten. Wir werden die Angaben selbstverständlich vertraulich behandeln. Steht auch noch. Warum haben wir dieses Blatt kreiert? Weil wir der Überzeugung sind, dass der Heilige Geist einem jeden gläubigen Gaben geschenkt hat. Das können natürliche Gaben sein, da bin ich auch überzeugt, die sind uns von Gott geschenkt. Das können übernatürliche Geistesgaben sein. Aber diese Gaben haben wir nicht erhalten zu unserer Ehre, sondern zum Aufbau der Gemeinde. Nun ist es aber so, dass wir als Älteste nicht immer wissen, wer welche Gaben hat. Und deshalb wäre es schön, wenn gerade diejenigen, die denken, ja, die Gemeinde wäre doch arg kraftlos, wenn alle nur so wenig mitarbeiten würden wie ich. Und eigentlich möchte ich ja mehr, aber ich weiß nicht so genau wo, möchte ich ermutigen, diese Karte auszufüllen. Einfach so eine Möglichkeit, damit der Heilige Geist in dieser Gemeinde wirken kann. Zusammenfassend war es mir heute, morgen ein Anliegen, uns mitzuteilen, dass der Heilige Geist dort ist, wo man Jesus liebt. Und der Heilige Geist wirkt in uns als Tröster, Beistand, Mutmacher und so weiter. Und wo der Heilige Geist ist, da kann ein Mensch nicht so bleiben, wie er ist, oder wie er gewesen ist. Der Heilige Geist verändert uns. Und zwar möchte der Heilige Geist uns erinnern und lehren und letztlich zur Ehre Christus von Jesus Christus uns verändern und in uns wirken. Und der Heilige Geist hat uns auch Gaben gegeben, nicht zu unserer eigenen Ehre, sondern zum Aufbau und Wohl aller in der Gemeinde. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir dürfen heute Pfingsten feiern, weil du die Grundlage gelegt hast. Durch dein Sterben, deine Auferstehung. Und vielen Dank, dass du bereit warst, den Vater zu bitten, dass er uns den Heiligen Geist sendet. Und ich danke dir, dass wir den Heiligen Geist haben dürfen. Oh, wir brauchen den Heiligen Geist unglaublich. Und ich wünsche mir, dass der Heilige Geist in unserem Leben Wohnung nehmen darf, und zwar in allen Bereichen, dass wir ihn nicht dämpfen. Und ich bitte dich, Jesus Christus, dass du durch den Heiligen Geist uns immer mehr in dein Bild verwandelst und dass du uns gebrauchst zu deiner Ehre und zum Nutzen aller. Oh, Herr Jesus, wir brauchen deinen Geist. Wir brauchen ihn. Amen. Amen.